So, das nächste Paar, bitte schön. Das letzte Paar für heute. Ja, das vierte Paar, das wir heute Abend hier haben, ist einmal, Sie kennen sie vielleicht, sie war bei RTL im Finale, im Bachelor, sie hat leider im Finale verloren. Ich glaube, sie hat nicht den richtigen Typ verloren. Sie ist ein sehr, sehr sympathischer Mensch, sehr aufgeschlossen, sehr freundlich, hat sehr viel Spaß gehabt. Und heute Abend ist sie hergekommen. Um nichts zu verlieren, begrüßen Sie mit mir einmal Sissi und Nick. So, jetzt einmal kurz zu mir, los, was sie machen. Nein, die sind alle ganz nett. Die Prima sind sehr nett und wir sind sehr ansiatisch aufgeschlossen als Volk. Nick, wie hat sich Sissi gemacht? Dafür, als wir gestern Morgen angefangen, hat sie sich sehr, sehr gut gemacht. Ich müsste aber dazu sagen, ihr habt den ganzen Tag im Saal gestanden. Von morgens bis abends so weiter auf. Ja, wir haben gestern zwölf Stunden gemacht. Das ist man so als Tänzer gewöhnt, ne? So ein paar Stunden mit Roberto im Saal, hat man ja auch schon verbracht. Nein, das wieder einmal ist Sissi auch. Ich finde es auch schön, dass du heute deine privaten Klamotten angezogen hast. Was soll das jetzt wieder? Nein, ich finde es gut. Ich finde es beeindruckend, ich könnte sowas jetzt nicht tragen. Ja, was soll ich denn zu sagen? Nix! Ja, das ist doch so. Sag mir doch mal lieber, was ihr hier gleich zeigen mit der Fantasie. Wir zeigen heute Cha Cha Cha. Eine Cha Cha Cha. Eins, zwei, drei, Cha Cha, vier, fünf, sechs. Kann ich mich erinnern? Ist das so? Cha Cha vegan. Cha 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 vegan. Richtig. Ah, okay. Cha 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 vegan. Roberto, bitteschön. Ja, dann gehört das Parkett euch. Ich wünsche euch viel Spaß und genießt es. Ich wünsche euch viel Spaß. Werdenk Wow! Ich wünsche euch viel Spaß. ... und shine on me. I have peace in my soul, I have love for you, for you. Take it to the Lord and love your heart and shine on me. I have peace in my soul, I have love for you, for you. Take it to the Lord and love your heart and shine on me. I have peace in my soul, I have love for you, for you. Take it to the Lord and love your heart and shine on me. I have peace in my soul, I have love for you, for you. Since you've opened up your heart and shine on me. I have peace in my soul, I have love for you. Das war für mich als Amateur, als Laie, schon toll. Das war super, vor allem für die kurze Zeit, die ihr jetzt zusammen trainiert habt. Sehr schwierige Schrittchoreografie, hat Cissi sehr gut umgesetzt. Manchmal war sie nicht ganz oft in Musik, aber hat keiner gemerkt. Ich fang super. Ja, das hat mich aber sehr schön gemacht. Ich kann es aber nicht verlangen. Ich habe das jetzt gar nicht gemerkt. Aber ich fang super. Ich darf es nicht sagen. Und hier ist, bitteschön, die Wertung der Jury. Die Vier, die Vier, die Vier und die Vier. Abgesprochen, oder was ist das? Das ist nur die Wählung für das Kostüm. Also, jetzt noch mal ordentlich in der Steinmann-Walzinger des Amtes. Das Applausometer für Sissi und für Bernd! Vielen Dank, erst mal euch beiden. Wir werden euch gleich noch auf der Fläche sehen. So, jetzt bin ich hier an dieser Stelle kurz ausgerechnet. ... 160 Geomethe ...